Tor, so ein Fieder dazwischen und jetzt wieder Mehlem im Ballbesitz. Im 1 gegen 1, Mehlem. Marvin Mehlem zieht zentral, zieht zentral und Tor! Tor! Das 3 zu 2 in der Nachspielzeit für unsere Ligien. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Der beste Mann auf dem Feld heute wieder mal. Marvin Mehlem macht Doppelpack. Unglaublich! Unglaublich! Und das hat er wieder ganz stark gemacht, er kämpft sich dann den Ball, zieht da von der linken Seite zentral rein und hält dann einfach mal drauf. Also wenn es jetzt im Endeffekt so bleibt, sage ich, ist es ein glücklicher Sieg, aber da fragt mich morgen keiner mehr danach. Okay.